Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Ich bin John, ich bin Devin, ich bin Nick und heute trainieren wir die Passqualität, Erster Kontakt etc. zu zweit, also wenn ihr diese Übungen durchzieht, dann werdet ihr so richtig zur Maschine, oder was meint ihr? Ja, auf jeden Fall. Direkt die erste Übung, die geht folgendermassen, genau wir tauschen schnell, weil der Ball kommt hier, übers Kreuz mitnehmen, spielen, erster Ballkontakt und dann seitlich drüber gehen, dann hier links, rechts, hier prallen und so weiter, ganz simpel, guter erster Kontakt, gute Passqualität, hohes Tempo und dann kommt das gut. Also legen wir gleich los, ready und ja, tack tack, jawohl, und schön. Jawohl, weiter, weiter, wie neben dem Spiel. Jawohl, zack, zack, gut so, weiter. Gut, so, noch einen. Letzter und passt. Sauber. Zweite Übung, sehr ähnlich, jetzt stehen wir aber offen, zeigen wir es hier kurz. Also, wenn ich auf dieser Seite bin, rechter Fuß, offen, spielen und nochmal direkt. Wieder rüber, wie vorhin, linker Fuß, spielen, rechts direkt. Damit wir auch trainieren, dass wir hier theoretisch den Ball gleich mitnehmen könnten in den Lauf. Auf der Vigneur, alle. Offen, spielen, zack, zack, sehr gut. Und ja, mitnehmen, spielen, prallen, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, mach nichts, komm noch. Letzter noch. Und passt. Dritte Variante mit dem Außenriss mitnehmen. Dann haben wir ja schon einiges abgedeckt hier. Nach außen spielen. Und hier immer wieder der direkte Pass. Dann linker Fuß, spielen, prallen und so weiter. Und los, komm. Sehr gut. Jawohl. Gut gelöst, weiter, weiter. Sehr schön. Gut so. Und noch den letzten. Oh. Und passt. Sauber. Sehr schön gemacht. Die Übung eignet sich zum Beispiel am Ende des Warm-Ups. Oder wenn man wirklich ein Techniktraining durchzieht. Auch als eine Übung für das. Also, die nächste Übung mit Nick zusammen. Ich bin der Trainer. Nick ist der Spieler. Mal schauen, was man drauf hat. Ich erkläre kurz. Wir haben hier auch wieder drei Varianten. Ich erkläre kurz die erste. Ich spiele. Takt nach außen. Wieder zurückspielen. Wieder in die Mitte, schräg nach hinten. Ein Touch. Spielen. Und dann geht es auf die andere Seite. Immer so. 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 Mitnehmen. Spielen. Und los. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Sauber Junge. Mit dem Goldfuss. Dann Nick hier. Sehr gut. Tag. Okay. Schwierig. Schwerig. Schlecht von mir. Mitnehmen. Spielen. Eins. Zwei. Zwei. Das ist eine Maschine. Weißt du das? Schnell müde. Vor allem. Variante eins durch. Jetzt gehen wir zur zweiten Variante. Also der erste Prallen. Tag. Dann. Mitnehmen. Spielen. Prallen. Und dann das gleiche wieder. Mitnehmen. Oh. Spielen. Dann Prallen. mitnehmen. Zwei. Tag. Mitnehmen. Spielen. Eins. Zwei. Yes. Sehr gut. Oh, da vergibst du den Spielern den Ellbuben. Sauber, 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 komm! Jetzt geht der Ball, Sauber! Und komm noch ein bisschen nach vorne! Also die dritte Variante und somit die letzte. Ich zeig's dir noch mal kurz vor. Also hier wieder altbekannt, prallen hier. Dann hier annehmen, nach hinten, spielen. Und hier wieder dasselbe. Dann wieder hier außen, einmal annehmen, nach hinten durchziehen, spielen und wieder nach hinten. Okay, und ja, bam, 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 annehmen nach hinten. Sehr gut, eins, zwei, mitnehmen, spielen. Eins, zwei, eins, tak, tak. Sehr gut, Junge. Wie aus dem Bilderbuch. Eins, mitnehmen, spielen. Tak, tak, komm, komm. Noch der letzte mit links. Eins, zwei, hinten, noch nach hinten gehen. Tak, 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 yes! Wow! Die Junge geht folgender Masse. Starten tue ich ganz hinten. Start erstmals hier hinten, bekomme den Ball. Nimm den ersten Ball mit, spiel ihn zurück. Okay, Doppelpass, Doppelpass, wieder zurück. Jan wartet mit dem Ball, ich gehe da hinten, komme wieder. Ja! Nimm den Ball mit, in der Mitte, Seite, wieder zurück in die Mitte. Und dann da, wieder zurück, Schulterblick, Ball kommt wieder. Und dasselbe wieder von vorne. Und alle. Erster Kontakt. Eins, zwei. Genau. Schulterblick, Kontakt. Doppelpass, eins, zwei. Sehr gut. Und komm, erster Kontakt. Und zurück. Schulterblick, genau. Ball kommt. Und ja. Ja, komm, Hälfte ist geschafft, komm. Ball kommt, erster Kontakt. Und die letzte Runde. Schulterblick, genau. Erster Kontakt. Sehr gut. Ja, voilà! Diese Übung, wenn ihr die zu zweit durchzieht und dann könnt ihr am Anfang locker starten, aber wenn ihr dann immer schneller werdet, die Touches sauberer werden, dann ist die Technik definitiv dann mit der Zeit auf einem anderen Level. Habt ihr noch etwas zu sagen? Trainieren, Jungs, trainieren. Das ist alles. Das ist alles? Ja, Leute, ich mache das Schlusswort. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, unbedingt auf die Glocke zu aktivieren und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ja, das war's mit dem Video. Dranbleiben, Gas geben, vamos! Wir sehen euch gleich mal. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dort drinnen.